Hallo und willkommen bei ManoMann. Heute in Teil 2 von Redewendungen stelle ich euch die Frage, na, schon gewusst? Heute geht es gleich um mehr Redewendungen aus den 70er und 80er Jahren, die man alle unter einen Hut, Hallo Hut, jo, alle unter einen Hut packen kann. So zum Beispiel für etwas fast Unglaubliches, sehr Kurioses, nicht Erklärbares oder einfach nur Wunderschönes. Ne jetzt, ich sagte schön. Na seht ihr, geht doch. Dafür stehen die Sprüche wie Ich glaube mein Schwein pfeift oder mein Hamster Bonat. Wie auch, ich glaube mich knutscht ein Elch. Okay, bei dem hier bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. In der damaligen DDR sagte man auch gern, ich glaube mich rammt ein Rotkehlchen. Ich hoffe, euch hat diese kleine Auswahl gefallen und ihr hattet ein wenig Spaß. Wenn euch mein Video gefallen hat, zeigt es mir gern mit dem Daumen nach oben und abonniert kostenfrei meinen Kanal. Ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer ManoMann.